Ahoi! Was geht ab? Futur Berlin Wir fangen an mit so einem kleinen süßen Kaffee Moin Kaffee heißt das Die Kollegin Tau ist am Start Es ist schon relativ spät Nicht mit viel am Start Glückshin Obwohl heute ein sehr schlechter Tag ist Ist süß, ist süß Wie gesagt in Berlin gibt es sehr viele davon Einmal sind die Küche Die Küche Den Günde, probier du den ersten bisschen Okay Moment mal Schüss Halt mal das Ding fest Dichtisch? Oder das? Gott So war das? Bisschen 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 alt schon meinst du? Bisschen zu fest, weil es schon zu lange steht Also das Küchen ist schon fester Aber Fluffig Sehr färrend Ist nicht so süß Schmeckt eigentlich ganz gut Ja Aber Taro Geschmack schmecke ich eigentlich nicht Ich glaube das ist einfach nur Taro Pulver zur Deko Ey Fass mal ein Getränk nicht an Hm Interessant Irgendwelche Kugeln sind hier drin Das ist Wasserpastanien Ja oben ist ein bisschen fester schon Hm Sehr lecker ich finde es sehr lecker Kann man halt schon fester essen Weil es nicht so süß ist Ist doch irgendwas zum Beißen Irgendwas härteres Ah ja Taro schmecke ich auch nicht Aber ist lecker Fresh Leute kann man machen Auch sehr lecker Schauts jetzt zwei Nachschlag dort Leute Taro 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 ganze Taro Taro Hupiacon Das hier ist Alles Wir…. Taro 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 E seeing Taro 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 ab leute nächste morgen ja gestern sind einige einige dinge vorgefallen ich war nicht so gut drauf aber wir haben uns erholt gut geschlafen und ich muss sagen dieses see food dingen hat mir gar nicht gefallen wie bei hotpot die ganzen meeresfrüchte die man denkt sind geil und bestellt und dann am ende ist eh keiner auf das plus show gab es gestern also eigentlich nicht so geil wir checken jetzt einen gehypten japan supermarkt ab anders gehypt auf tiktok leute das ist er leute oder was der sieht aber auch unterneben ja geh erstmal links rein so hype check leute ist dieser laden mehr als einfach nur ein random asia markt was sagst du is it just a asians market i think so das könnte das oberhypteste bisher sein was ich jemals getestet habe im sinne von was man auf social media sieht und was dann in realität man erhält hier das so die die food theke die gehypt wurde im sinne von wo das ist so wie 7-eleven aber es ist kalt halt ist auch alles kalt eine kleine vorspeise wirklich ein kleiner snack bevor es los geht hier jetzt man essen kann man mal nächsten stop haben eine kleine eispause wir sind durch diese türkischen markt da gelaufen mit dem ich auch mal mit stephanie war da gab es sogar den 9 von 10 gegeben so warte okay ihr seht das nicht man habe ich bei goldies gesehen irgendwie top 3 thailänder die haben da irgendwelche thailändische nullsuppen probiert das habe ich jetzt heute nicht im auge aber eine vorspeise gab es da das war ein kranker schweinebo den checken wir mal ab im video kam das sehr sehr saftig und knusprig rüber schauen wir mal ob die goldie jungs nur labern oder ob das echt klasse kritikerin sie zuerst ein stück aus der mitte genau ich habe ein bisschen angst oder so wenn du dich nicht hoch also so ist es der beste pork belly hat mich ja nicht überzeugt sorry ich bin gespannt ob der einreizt es sieht sehr crunchy aus es sieht aber auch immer noch so juicy aus dann kam das stück war ich glaube ich hatte auch so ein stück also schaut sie die seite an als auch immer sehr juicy aber die seite halt nicht also das was ich gerade hatte fand ich schon gut sehr gut so der crunch war da der juice war da das bildschirmschoner mädchen das ist extrem lecker das ist super kürzlich aber immer super juicy also mich auch zum also ich würde warte wo sind wir hier wenn ich in goldies wäre oder so vorspeise nachspeise ich würde nur hier so leute der direkte schweinebauvergleich sie will uns den besseren oder zumindest was sie besser findet zeigen also wie gesagt ich fand den bei dem teil einer da sehr gut also goldies eine gute empfehlung ausgaben so das sind sie die sehen heute nicht so crunchy aus mein gott ausreden ausreden nein aber ich probier es ja probier du erstmal ich probier es so es wurde nochmal zurück in die küche geschickt um nochmal knuspriger gemacht zu werden ok jetzt sieht es crunchy aus leute ja jetzt sieht es schon crunchiger aus jetzt mal gucken ja ja diesmal höre ich sogar ja danach kannst du ja eins mit weniger soße nehmen mal ein bisschen mal ein bisschen nachdem ich bin genau auf die habe ich vor sind ich auch ich ich habe ich weniger knusselig und ich finde es auch sehr trocken kommen wir in neu köln leute letztes topf glaube ich irgendein corndog man super original ist der super authentisch der hat mal auf mal nicht auf je nach lust und laune er macht zuwanderwill man hört nur so einiges von ihm so das ist er leute der legendäre corndog man und anscheinend gibt es auch original fried chicken hier wir haben das leute mit wurst geflügel wurst mit empfehlenswert zucker digger sieht fetter aus meinst du ja der hat ordentlich gericht also gut dass wir nicht direkt zwei bestellt haben also zucker weiß ich nicht aber wurst und teig und so krass also ich glaube ohne zucker würde ich würde ich dem neun geben oder 9,5 aber der zucker ich weiß nicht man also die wurst kein vergleich zu ding leider sorry die neidenschaft teig super fluffig schön warm sehr gut doch muss ich sagen der teig überrascht mich jeder also ich finde den sehr geil so schön warm das ist auf jeden fall ganz klar nummer eins kommt bisher in meinem leben wir sind irgendwie random in der kunstaufstellung gelandet leute ganz oben von irgendeinem hotel aber es gibt steckdose und schöne aussicht und drinks umsonst der tor geht weiter leute die haben auch hummus hummus haben die chips und nüsse wir fangen gleich ab leute davor gibt es auch frühstück obwohl es 14 uhr oder so ist ich kann deine tonlage nicht einschätzen findest du das viel oder wenig weil ich finde das sehr günstig echt? ach so wir haben rappt leute schau mal leute ich mach tik tok auf und mir wird das direkt vorgeschlagen ruffys waffel immer so ein one piece waffel laden hier in berlin ich stehe nicht so auf waffeln das ist nicht gut gelegen aber es würde klicks bringen so endlich frühstück leute 4 zu 0 und ich frühstücke jetzt erst aber let's go so wir packen es natürlich nicht zu diesem ruffys waffel laden da wir gehen jetzt auf shisha rauchen und chillen bis die kollegin soweit ist und wir losfahren und zwar die asiatisch angehauchte shisha bar drin sieht es aus wie kpop restaurant ihr wisst wer das ist ihr wisst wer das ist 4 kohle alles gut smoke gute shisha geiles interior design die mir das brauchen dann noch zu ende wir fahren heim ab nach münchen bis es hier erledigt das war's von mir und paar kollegen aus berlin ich hatte da was zu erledigen und die kollegin tau war zufällig an dem wochenende oder ist zufällig an dem wochenende nach berlin gefahren ich bin mit ihr hin und zurück habe die gelingend genutzt und das was ich hier in berlin zu tun hatte ja das hatte leider kein happy end mission fehlt aber paar gute foodsports haben wir entdeckt äh diese schweinebauch mein gott das ist ein spot den würde ich vielleicht jedes mal wenn ich in berlin bin abchecken so klasse war der das war's von mir wenn ihr mal liken subscribe kommentieren check die visa folgt mir gerne auf instagram bis hier bitte können die crypto cash und ciao